Hey Leute und willkommen zu einem kurzen Ankündigungs-Info-Video-Dingensgedöns. Und zwar vielleicht habt ihr das bis jetzt auch schon bei Blue Zombie und Koordinator-IP gesehen. Wir Heinis treffen uns nächste Woche und machen Party und so weiter Stuff. Und deswegen wird es keine Let's Plays nächste Woche geben. Ja, einfach nur mal so. Wir werden trotzdem halbwegs erreichbar sein, weil wir auf Internet Zugriff haben. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt und ihr könnt trotzdem Beantworten kriegen. Also keine Scheu. Und ja, nur dass halt nächste Woche keine Videos kommen. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid und bis zum nächsten Projekt dann wieder. Bis dann.